Neun Reise, wo es durch den Tierkreis geht. Mit der heutigen Meditation starten wir bei dem Zeichen Widder, bei dem ersten Archetypus im Tierkreis und werden so Woche für Woche einen neuen Archetypus kennenlernen. Bei Widder Mars geht es ja gleich mal um Kraft, um Pionierarbeit. Da geht es um Feuer, um Durchsetzen, um dieses Ich-Will. Also wann immer du dich mal ein bisschen saftlos oder mutlos fühlst, ist diese Meditation sicher das Richtige für dich. Und so diesen inneren Krieger, diesen inneren Mars, diese innere Durchsetzung kann da ganz gut aktiviert werden. Ja, falls es dich interessiert, wo du den Mars natürlich im Horoskop stehen hast, kannst du ja mal schauen in deinen Radix oder natürlich auch gerne mal auf eine astrologische Beratung vorbeikommen. Aber jetzt starten wir gleich mal mit der ersten Astro-Meditation, und zwar der Meditation zum Zeichen Widder und dem Mars. Atme mal tief ein und wieder aus und schließe deine Augen. Und jetzt stell dir einfach mal vor, dass du in einem roten Rennwagen sitzt. Du musst jetzt nicht unbedingt dir Sorgen machen, wie du den steuerst. Du bist in Kontrolle dieses Rennwagens. Es ist ein roter Rennwagen. Und mit diesem Rennwagen bist du zielstrebig unterwegs, düst an anderen vorbei und bist richtig im Flow und in der Bewegung. Und du merkst richtig in deiner Kraft, in deiner Zielstrebigkeit, in dieser Geschwindigkeit, in der du da bist, kann dir keiner nach. Und spür mal das angenehme Gefühl. Das Gefühl der Geschwindigkeit, das Gefühl dieser Kontrolle und das Gefühl, genau dorthin zu kommen, genau in dem Tempo dorthin zu kommen, wo du hin möchtest. Und schließe mal deine Augen und atme dieses Gefühl mal tief ein und wieder aus. Das Gefühl der Kraft, dieser Dynamik, dieser Bewegung nach vorne. Und da ist niemand sonst in diesem Sportwagen. Da bist nur du. Du bestimmst das Tempo. Du bestimmst, wo die Reise hingeht. Du hast auch kein Mobiltelefon mit. Du weißt, wo du hin möchtest. Du möchtest jetzt auch keinen Kontakt zu anderen. Da geht es nur um dich, um deine Grundenergie. Also da ist jetzt keine Familie dabei, da ist kein Partner, keine Partnerin dabei, keine Freunde. Das ist deine Grundenergie. Und die lenkst du. Und die ist auch nicht kompliziert. Die ist auch nicht diplomatisch. Die ist ganz dynamisch. Und spür mal, wie sich das anfühlt, so ganz für dich in dieser roten Kraft, in dieser Energie zu sein. In dieser Mars-Energie zu sein. Wenn dir jemand oder etwas im Wege steht, dann kannst du leicht vorbeifahren oder auch einfach auf die Hupe drücken und die weichen aus. Du spürst diese Kontrolle und du spürst diese Kraft. Und wo kommt dieser Antrieb her? Wo kommt diese Kraft denn her? Die spürt genau, du spürst genau, dass in dir so viel mehr Potenzial steckt. Dass du mit deiner individuellen Verbindung zum Göttlichen einen Seelenplan mitbekommen hast. Und du spürst, dass dieser Wagen dir hilft, diesen Seelenplan umzusetzen. Also diese Kraft ist nicht nur Ruhe, Tumpheit, Gewalt. Nein, es ist eine Durchsetzungskraft, ein Durchbrechen deiner geistigen Potenziale in die Realität hinein, in die Welt hinein. Und erlaube dir, diese Anbindung ans Göttliche zu spüren. Auch wenn du im Wagen sitzt, auf dieser Reise bist, wo alles nach vorne geht, erlaube dir, die Anbindung zu spüren. Diese unendlichen Formen, Bilder und Ideen, die aus der geistigen Welt zu dir kommen. Und du spürst diese Dynamik, du spürst diese Kraft, du spürst diese Durchsetzungskraft. Und du spürst, dass du die Energie hast, diese Formen in die Welt zu brechen, in die Welt zu bringen, auf die Welt zu bringen. Und da geht es nicht darum, was dir jemand sagt, welche Philosophien oder Bilder da sind. Da geht es um deine Grundenergie. Also erlaube noch mal, dass diese Marsenergie, diese Widerenergie, alle Bilder, alle moralischen Texte, alles, was richtig und falsch ist, alles, was dir gelehrt wurde, all das vergiss, lass das einfach mal abfallen. Und erlaube dir, absolut in deine Kraft zu gehen, absolut in deiner Power zu sein. in deiner Bewegung. Und du spürst jetzt, wie diese Bilder abfallen und dass du nur deiner Wirklichkeit verpflichtet bist. Du bist Kämpferin und Kämpfer für deine Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit soll sich manifestieren. Und du sammelst alle Kräfte, du sammelst diese Power, du spürst diese Grundenergie, diese Dynamik. Du spürst, dass du durchbrechen kannst, durch sämtliche Ketten, durch sämtliche Selbstzweifel, durch sämtliche Hindernisse. Hindernisse. Nichts kann dich aufhalten. Erlaube dir diesen Mut, diese Klarheit noch einmal zu aktivieren. Nichts kann mich aufhalten. Nichts hält mich auf. Ich boxe mich durch. Und das ist nicht anstrengend, denn ich habe unendliche Kraft. Ich habe unendliche Klarheit. Ich habe unendliche Energie. Ich will, ich weiß, was ich will und ich setze das auch um auf allen Ebenen. Und sei ruhig mal bestimmter, wenn du möchtest, stampf auf, beweg deinen Körper, schlag dir auf die Brust. Gib einfach mal wirklich so dem Gefühl Raum, dass du das kannst. Diese Ketten weg. Alles zersprengen. Raus aus diesen Konventionen. Es geht nur darum, was du willst. Ich will. Ich will. Um das geht es. Und dieses Ich will ist dein Rennwagen. Und dieses Ich will befreit dich von allen Einschränkungen. Und dieses Ich will macht dich potent, macht dich kraftvoll und macht dich gefährlich, weil du wach bist. Du bist ein gefährlicher, wacher Mensch. Du bist voller Kraft, voller Dynamik und voller Power. Und erlaube dir, diese Power in jedem Augenblick zu leben. Atme mal tief ein und wieder aus. Und noch mal tief einatmen und wieder aus. Und spann mal alle deine Muskeln an. Spann mal wirklich alles an. Stampf ruhig mal auf. Mach ein bisschen Wirbel, wenn es geht. Und spür die Kraft in jeder Faser deines Körpers. Du bist Kämpferin und Kämpfer für deine Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit empfängst du aus der geistigen Welt. Bedanke dich für deine Kraft, deine Power, deine Durchsetzung. Atme mal tief ein und wieder aus und komm dann genau in deinem Tempo, in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt zurück. Fühl mal nach, wie es dir geht. Spür die Kraft, die Energie und dann öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir gegangen? Ich freue mich auf einen Kommentar. Lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere meinen Kanal und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Reise durch den Tierkreis mit dem Stier. Da haben wir dann ein bisschen andere Qualitäten und du wirst jetzt so die nächsten 12 Wochen alle Qualitäten der Archetypen des astrologischen Tierkreises mal kennenlernen und da kannst du dann auch mit diesen Energien selber arbeiten. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss und danke. Dein Oliver Ereni. 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 Untertitelung des ZDF, 2020